Also, was ich wirklich gerne mache, wenn ich Menschen helfen kann. Also, ich bin Leona Plana, bin 17 Jahre alt. Soll ich das nochmal aufschreiben? Klar. Also, ich bin in den Zimmern als Assistentin. Ich bin Soundtechnikerin. Und nachmittags bin ich halt an der Anmeldung, vergebe Termine. Ich bin auch da. Das ist auch klar. Auch private Sachen sind, kann jeder immer zu uns kommen. Ich heiße Dilara. Ich heiße Pina. Also, ich denke, es ist das Team. Da hat man nur Spaß. Recall mache ich sehr gerne. Großer Zusammenhalt. Freude am Arbeiten. Er ist immer lustig drauf. Sie ist immer gut drauf. Das ist eigentlich das, was es ausmacht. Ja, der Doktor ist ja immer gut drauf. Wohlfühlen, ganz wichtig. Und Matthias ein guter Zahnarzt ist. Das ist natürlich auch eine Voraussetzung. Er geht immer so richtig liebevoll mit den Patienten um. Mit meinen Tramps bin ich sehr zufrieden. Ist halt Glück. Das ist auch das Spannende. Wie in jedem auch. Ganz kurz. Kannst du mal in den Reinkommen? Ich komme sofort. Am Anfang war das Labor noch in der Praxis. Aber ich finde es immer gut, den Patienten das halt genau zu erklären, was den erwartet. Implantate, die Keramik inliest, die Computer gefräst werden, die gar nicht mehr ins Labor müssen. Was auch wirklich gemacht werden sollte, bevor es hinterher zu spät ist. Jetzt mittlerweile haben wir sogar zwei Techniker im Labor. Wir machen halt quasi die technischen Sachen. Wir stellen halt den ganzen Zahnersatz her. Wir haben ja die Implantation und das ist ja auch einer seiner Schwerpunkte. Wir passen das dann im Endeffekt dann auch hinterher im Mund an. Spaß an dem Job einfach. Das sind feste Zähne. Wie? Die eigenen. Und die halten bis zum Grab. Ich hoffe, ich war nicht so doof, sonst ist es eine Bombe. Alles Bombe.